die hallo und herzlich willkommen zu ja let's play mittwoch und heute entsprechend des let's play mittwochs der neun Tag immer dasselbe Spielchen wie dir auf jeden Fall Part 19 und heute geht's nach Bundesliga-Finale übrigens heute und das letzte Spiel gegen Freiburg habe ich unterschieden gespielt 0-0 die ist 0-1-0 das gegen Wolfsburg wird dann das Mensch der 20. Part sein und heute geht's nach Mainz mein gott mein gott mein gott so liegt aber mein kleiner Bruder ist einfach nur zum Kotzen ach dann haben wir schon nicht mehr viel Zeit 15 Minuten hab ich nur Zeit mein ganzes von mir ist einfach zu kotzen in der Zeit so ach ja Profi heute 5 Minuten live bunt und farbe Bundesliga-Finale 14-15 20. Mai 15 ok gestern gab's halt das Video mit dem ja das wollte ich sowas noch mal ansprechen eine kurze Ankündigung das Video von gestern das hier wollte mich entschuldigen weil das ist nämlich hier so blöde quer da kam wenig das ist wenig Bildschirm der ich weiß es kommt halt es ist einfach der hier ach man scheiß deutsche Aussprache das ist einfach da hier weil ich die Kamera des Handys manchmal so falsch gehalten hab und manchmal so gezittert hat da hatte ich das Handy irgendwie nicht so richtig entscheiden können und da hat sich das so entschieden wird nie wieder mehr vorkommen entschuldigt so ein cooles Video und dann so so ein Scheiß ah naja jetzt geht's hier los mit dem Let's Black auch wenn ich hier gewinnen sollte bin ich sowieso Meister aber am am Samstag wird's spannend am Samstag wird's spannend der PP-Pokalfinale gegen Wolfsburg das wird geil das Spiel gegen Wolfsburg wird dann der 20. Part sein auch endlich Ruhe und nicht den Chaoten so scheiß ok ok oh ne er hat schon ständig verliert der Ball der spackt nicht richtig und kann nicht drippeln also bei FIFA haben sie den übelst schlecht gemacht im echten ist der ja gut ne aber im FIFA übelst schlecht gemacht also Müller der kann wenigstens spacken und drippeln warte seht seht her seht ihr seht ihr seht ihr BAM 1-0 Müller yes yes Maratha yes Müller 1-0 warte mich 1-0 ich werde auch hier bei dem Wolfsburg Spiel auch noch ein bisschen trainieren also mit Testspielen Epo Lohus Karius Los, 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 los Fick du Scheiß hier wieder Lewandowski alter das ist er der absolute Noob hier Bop hing da kann der ja noch besser drippeln als Lewandowski ich werde heute nicht auswechseln weil wegen der Zeit die Zeit hier die die ist knapp ich habe bloß 15-16 Minuten Zeit also 15 Minuten und 55 Sekunden das ist einfach viel zu wenig nicht oh ne dann das die schnell abgeben das scheiß wow Wir sind eben schon bei sieben Minuten. Boah. So- Weinsteiger. Germanuk-Laden, ohne beim 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 beim吧. Zwei 2 zu 0 Kann abpfeifen Das kann er jetzt mal abpfeifen Das ist einfach ab jetzt So 2 der Halbzeit Schnell Ich hoffe es reicht Müller jetzt am Ball Bäm 3 zu 0 So geht das 3 zu 0 Yes mein Alter Yes Sehr schön 3 zu 0 Gut Bäm Bäm Müller Das ist einfach ab Bäm so 3 1 8 jetzt wird erstmal das 4 1 gemacht hier sind so viele Leute Schweinsteiger geil boah rot so Robben jetzt ein Ball 65 Minuten und 11 Minuten hier ich hoffe es reicht gleich 70. Minute sehr schön aber jetzt hier nicht sehr schön gut Reverie mein Gott ach scheiß jetzt was ist denn der Rotz da kläbter ist oder was zack ich schmier Boah, jeder ist so ein Scheiß. Na komm, ja, was ist denn der f***te Scheiß jetzt hier? 1,80 Minuten, jetzt auf Zeit spielen. Mein Gott! Herr Loser! Müller! 4 zu 2, damit es besser aussieht. So, Götze, jetzt am Ball. Alter! 4 zu 2 machen. Oh, der ist da bescheuert. Hat der Tomaten in den Augen oder was? Schluss! Deutscher Meister! Hä, wird hier nicht angegeben? Wird der nicht gezeigt? Boah, die haben nämlich manchmal gezeigt, wie die die Meisterschale anheben. Aber wie der hier mal nicht gezeigt, hätten wir gegen Freiburg spielen können. 3 zu 2 gewonnen. Und damit Deutscher Meister! Yes! Im Profi-Modus. Los! Die erste Saison! Okay? 2, 3 tucker! Vielen Dank.